Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Woche unter anderem nicht zuletzt wegen der Beilage, einem Kalender mit zahlreichen Bonds, um zu profitieren. Diese Bonds berechtigen jetzt zu einer ganzen Reihe von Vergünstigungen. Früchte und Gemüse zum Beispiel gibt es beim Kauf ab 20 Franken 5 Franken günstiger. Frischfleisch, Schargütterei und Wurstware ab 30 Franken sogar 10 Franken günstiger. Profitieren Sie also von diesem Angebot. Damit alles gut klappt, muss man an der Kasse beim Einlösen ein paar Punkte berücksichtigen. Gell Tamara? Das stimmt. Die Bonds sind um einig gültig. Man kann selber mit den anderen Vergünstigungen kumulieren, also Preisreduktionen und Zauberpunkte beziehen. Alles Näheres steht übrigens auf der Rückseite. Wir an der Kasse wären dankbar, wenn wir den Bonds vor dem Tippen abgeben würden. Und auch das Datum sollte man beachten. Die Bonds sind nämlich befristet bis zum 16. März. Es wäre ja schade, wenn die Gutsche plötzlich unbenutzt ablaufen würden. Auch Armin Amrain, der vom Bürgerstock zu uns ins Studio gekommen ist, hat an die Powerbond gedacht und uns ein passendes Rezept in dem mitgebracht. Richtig, ein Brüsseler Salat mit Orangenfilet. Beides aus der Po-Aktion. Grüezi miteinander. Für vier Personen, zwei bis drei Brüsseler oder Schikoriköpfe, wie man ihnen auch noch sagt, waschen und abtrocknen lassen. Von einer Orangen Zeste rausschneiden. Dann auspressen. Zwei weitere Orangen schälen und filetieren. Jetzt den Orangensaft mit 6 Esslöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer und einigen Timian-Plätzchen verrühren. Dann die Soße je nach Wunsch mit ein wenig Weissweihessig oder Zitronensaft abschmecken. Den Brüsseler hübsch auf den Teller anordnen und mit dem Orangenfilet, den Oliven und den Orangenzesten garnieren. Mit der Soße beträufeln und den Salat zusammen mit einem italienischen Brot servieren. Das Rezept kommt ausnahmsweise nicht im Teleskop und steht auch nicht in der Coop-Zeitung. Sondern steht auf der Halsetikette vom Olivenöl Filippo Berio, welches sie diese Woche in ihrem Coop-Laden mit zusätzlichen Superpunkten bekommen. Wer sich schon mal gefragt hat, wie und wo die zarten, gelben Brüsseler Zepfen wachsen, kann das in einem kleinen Filmbeitrag mitverfolgen. Ein Team vom Coop-Mittwochstudio ist bei einem Produzent im Wattland schauen, was mit den Zikorienwurzeln, die man im Herbst draussen auf dem Feld ausgraben hat, den Winterdauer passiert. Im Kühlraum mit idealer Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird der Bedarf für eine Tagesproduktion abgeholzt. Dann kommen die Wurzeln dicht aneinander in grosse Holzkästen mit zirkulierendem Wasser. Düngen muss man übrigens nicht, denn die Pflanze ernährt sich aus den Nährstoffen der Wurzeln. Auch Licht braucht es zum Austreiben der Zepfen nicht. Alles spielt sich ganz im Dunkeln ab, sonst würden die Blätter nämlich grün. Wie man möglichst jeden Tag frische Brüsseler will ernten, werden laufend neue Wurzeln eingestellt. Da sieht man gleich schön, wie die Blätter stufenweise wachsen, bis es nach 21 Tagen soweit ist, um die ausgewachsenen, festen Zepfen zu ernten, wägen und in die typischen 500-G-Beutel abzunehmen. Jeden Tag beantwortet der Coop-Konsumentendienst zahlreiche Anfragen über die verschiedensten Produkte in unseren Läden. Beim Olivenöl wollen die Konsumenten immer wieder wissen, ob es jetzt wirklich kalt gepresst sei oder nicht. Olivenöl mit der Bezeichnung extra virginal ist grundsätzlich immer kalt gepresst. Auch wenn es auf der Etiquette nicht noch speziell erwähnt wird. Beim Olivenöl von Filippo Berio, der Armin Amrain vorher für Salatsauce gebraucht hat, trifft das natürlich auch zu. Das war es für heute. In einer Woche informieren wir Sie ausführlich über die Vorteile der Supercard und der neuen Prämie, die man jetzt bestellen kann. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!